Auf jeden Fall steht jetzt erstmal ein bisschen Krieg auf dem Programm, geht halt nicht anders, ne? So, liebe Zocker-Lounge, haben wir ein Bild? Oh, was war denn das? Aus? So! Ah, fuck! So, wir spielen ja ADK. So, also, liebe Zocker-Lounger, wir haben heute was zu feiern. Und deshalb trinke ich heute auch Bier. Denn, ich weiß nicht, wer von euch wie den Zocker-Lounge-Discord verfolgt. Aber, wir haben ja jetzt seit gut einer Woche unseren Scoutie, unseren Basti, der die Siedler 4 moddet und der schon unzählige Bugs behoben hat. Wir haben ja am Sonntag schon den ersten Test gemacht, ähm, mit höherem Gamespeed im Multiplayer. Und der Junge ist noch nicht fertig, ja? Er kommen Sachen mit, ähm, Spectator-Modus, neunter Spieler-Slot, ähm, HD-Grafik-Patch für Siedler 4. So viele Projekte und es geht voran und geil, 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 geil. Deswegen auch am Sonntag, 14 Uhr, ein Video, ähm, von mir dazu, damit auch ihr versteht, wie ihr das installieren könnt, wie das funktioniert, wie das im Multiplayer funktioniert und so weiter. Geil! Und dieses Ding heißt auch ab sofort, äh, die Siedler 4 Community-Patch, ja? Angelehnt an Gothic 3. Da hat auch damals die Community das Spiel fertig gepatcht. Oder überhaupt spielbar gemacht. Geil, 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 geil. Wollte ich nur mal erwähnt haben, also da kommt einiges. Und da, äh, Bleibbaum99 beim letzten ADK-Stream 10 Euro für Bier gespendet hat, muss ich jetzt auch mal Bier trinken. Bleibbaum, falls du zuguckst. Ah, so, oh, ist gut, ist kalt. So. Aber jetzt mal, äh, zum Eingemachten. Äh, hi, Hase HD, aka Robin. Natürlich weiß ich, dass du Robin heißt, wenn du dich als Robin-First-Community-Event anmeldest. Ähm, und außerdem hat's mir deine Mutter verraten. Nein, Scherz. Aber hi, Hase72. Ähm, hi, Whitewolf. Hi, SurferV. Hi, Quecker. Hi, FatalError. Und hi, MasterK. Das war die YouTube-Seite. Und auf Twitch. Hi, CS555. Hi, Felix. Hi, Ruxi. Hi, Ente. Hi, Ossi. Eumel. Und da ist ja Bleibbaum99. Prost. So, alle erwischt? Bleibbaum auf dich. Und auf Scouty führt alles, was er schon für die Siedler 4 getan hat, die Woche. Wahnsinn. Er tut sich jetzt auch gerade mit Kevin zusammen, dass das Ganze in einen Installer gepackt wird. Ähm, er versucht mir, Grafikdateien zu exportieren aus Siedler 4, weil ich bin ja Grafiker. Mal gucken, was ich da noch mit den alten Texturen machen kann. Also das wird so richtig gut. So, aber wir spielen heute ADK. Genug zu Siedler 4. Die Spende war im Siedler 4-Stream. Ach komm, dann trinkt man da einfach auch noch ein Bier beim nächsten Mal. Ente und ich sagen es getestet, es läuft problemlos. Was? So, Ladies and Gentlemen, lasst mich mal, ähm, es ist ja wieder eine Woche her, ihr kennt das. Ähm, hier hatte ich schon ein bisschen Bogenschützen, genau. Also ich muss ja im Prinzip, hier hatte ich ihm richtig wehgetan. Richtig, richtig. Ähm, jetzt ist halt die Frage. Oh, hier habe ich, hier habe ich aber volle Schwertkämpfer drin. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ich bin halt echt zu euphorisch. Aber eigentlich könnte ich hier direkt weiterkämpfen, oder? Da spricht doch auch nichts dagegen. Voll auf die Mütze, macht weiter. Ähm, ja. Ja, und, ähm, den Stream habe ich auch Finale genannt, weil zum einen spielen wir hier die letzte Mission in Aufbruch der Kulturen und ich glaube, wir können das heute auch beenden. Keine Ahnung, wie lange das noch geht. Auf jeden Fall steht jetzt erstmal ein bisschen Krieg auf dem Programm. Geht halt nicht anders, ne? Metzl, Metzl, Metzl. Übrigens, ähm, wo auch gerade gemoddet wird bei Siedler 4 ist, äh, man kann doch nur 100 Einheiten anwählen. Ähm, und ich glaube, das haben sie auch gerade dran, dass das aufgehoben wird, dass du einfach alle deine Truppen packst und alle bewegen kannst. Geil. Und die Trojaner sind auch spielbar plötzlich. Oh Mann. Und, ähm, was sie auch getan haben, ach, ich muss einfach über Siedler 4 schwärmen, es tut mir leid, ja. Ähm, die, ähm, die Bonuseinheiten, also Axtkämpfer, Blasrohrschützen, Sanitäter, die sind ja alle so ein bisschen, ähm, nicht so toll, ja, sag ich mal, weil sie einfach zu schwach sind. Und die werden jetzt auch angepasst, genauso wie der Hauptmann angepasst wird, die einfach stärker gemacht werden, dass es, ähm, nicht mehr wie bisher läuft, dass man einfach nur noch Bogenschützen spammt. Weil alles andere zu schwach ist. Auch das ist total geil. So, da fehlen jetzt drei. Ihr seid ein bisschen geschwächt, also warte, wir müssen ja nicht übertreiben. Hier ist das Hauptgebäude, hier müssen wir hin und hier stehen viele Katapulte. Das heißt, auch wir werden hier, sind das noch Steine zum Abbauen? Viele, viele, viele Katapulte brauchen. Das Ding ist halt, wie viele Steine hat er hier auf seiner Insel? Wie lange kann er denn schießen? Keine Ahnung. Das Katapult-System in diesem Spiel. Also ich habe ja vieles im Aufbruch der Kultur nicht verstanden, aber offensichtlich reicht es ja dann am Ende doch, um es trotzdem durchzuspielen. Ähm, den Sinn von Katapulten in dem Spiel habe ich auch überhaupt nicht kapiert. Gar nicht. Gut, egal. Hab keinen EQ. Hallo, Leonard. Hi, äh, denio, 0407, du bist neu, grüß dich. Und bei Radios habe ich, glaube ich, auch noch nicht begrüßt. Hi. So. Twitch und YouTube sind beide abgekackt? Na toll. Und ich habe schon wieder Musik. Ich muss, ich muss kurz mal wieder hier. Ah, die Musik. Ach. Uh. Also das wäre ja traurig, wenn Twitch jetzt wieder, wie am Sonntag, die ganze Zeit wegbricht. Dann muss ich wohl die Bitrade wieder runterstellen und das möchte ich eigentlich nicht tun. Eigentlich nicht so. Da kann ich nicht angreifen, da ist keiner drin. Wie sieht es denn mit der Festung aus? Ich habe hier halt nur Bogenschützen. Ist das riskant? Ach komm, wisst ihr was? Wir speichern einfach mal an der Stelle. Und dann begrüßen wir mal die Ritterburg. Hi. Sieben Bogenschützen gegen... Kann ich zurückziehen? Ich müsste hier noch irgendwie ein Militärgebäude haben. Dann wird das besser. Habe ich wenigstens T2? Ja. Mal gucken. Ist natürlich kacke, ne? Wenn... Also die hier gehen ja hoffentlich dann... Down. Ja komm, wir gehen. Wir gehen. Hat keinen Wert. Habe ich einen verloren? Ich glaube nicht. Okay. Aber die andere Seite... Die muss dafür deutlich mehr einstecken. Jetzt holen wir uns mal den. Ich will auch wissen, was mit dem Katapult von ihm da passiert. Und ganz ohne Musik ist dann doch kacke. Okay. Also. Wenn der Twitch-Stream wieder nur abkackt, dann begrüße ich euch ganz alle herzlich im YouTube-Stream drüben. Der läuft deutlich besser. Was zum Teufel mit Twitch los ist, ich weiß es nicht. Wenn der YouTube-Stream auch abkackt. Ja gut, das... Alter, wo hat er das abgerissen? Das kann natürlich passieren, ja. Ach komm, wir gehen hier aggressiv weiter. Ähm... Wie hatte ich denn... Wie hatte ich denn... Ich darf hier keine mehr einlagern, ne? Sonst wird das mit dem Befördern nie was. Ich hatte irgendwo hier... Boah, wo war das? Hier habe ich... Genau. Hier die T2 rein, damit die... Da ist auch Gold drin. Müsste ich aber hier die T1er einlagen, damit es irgendwie... Ach ja. Ich kriege keine T3er. Ist egal, ich brauche sie ja auch nicht. Warum müssen jetzt meine Stimmen weg? Liegt das jetzt am Bier? Ha! Blöd gelaufen, hm? Jetzt mal gucken, was das Katapult macht. Ob sie überhaupt was macht. Aber ich kann ja schon mal hergehen und selber... Wo gibt es denn die überhaupt? Katta... Pult... So, so... So, und wir bauen schon mal hier irgendwo ein Lager, weil... Weil wir hier die Steine irgendwie herbringen müssen. Geil, oder? Wunderschön. Okay. Die Seite hätten wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass es auf der Seite auch irgendwie was wird hier. Also wir brauchen auf jeden Fall... Komm, wir machen hier auch ein Lagerhaus. Und dann machen wir hier auch eine Kaserne hin. Wird schon. So, irgendwie. So. Mark, VNS, wie auch immer man das ausspricht, aber auf jeden Fall danke für den Vorlauf Twitch. Und auch für dich, falls mein Stream auf Twitch wieder abkackt, auf YouTube läuft das stabiler und besser. Oh Mann, ey, bis die hier mal Ressourcen hochkommen, das dauert natürlich auch ungefähr ein Schaltjahr. Wie schaut's denn? Okay, ist mir egal. Warenstau an der... Okay, ist mir egal. Eisenbergberg, keine Ressourcen mehr im Umkreis. Wie ist denn das eigentlich? Wo hätte ich denn noch? Wo hätte ich denn noch? Eisen? Tue ich hier sogar... Oh, ey, was ich halt auch gar nicht benutze, ist, ähm... Komm, mach mal den hier. Und mach hier mal vielleicht... Das brauch ich alles nicht, ne? Komm, hier. Mach mal den da noch. So. Und ihr metzelt hier weiter. Voll auf die Omeon, er hat ja offensichtlich immer noch viele Truppen. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier mit dem da verbunden ist. Wäre ja lustig, wenn es nicht so ist. Nach CCS 5455. Mit dem Meganeck. Ist das ein Rework von Siedler 2? Ja, kann man so sagen. Ein Besoffenes. Apropos Besoffen. Musik? Die Musik ist auch besoffen. Weißt du, du bist auf Twitch gewechselt, weil YouTube abkannst. So, hör doch auf. Am Ende liegt das noch an mir. pack hier mal... ... ... ... ... ... ... pack hier mal Bogenschützen rein und hier, achso, ihr seid unterwegs, okay was hat er noch nicht mehr so viel, können wir hier irgendwo Steine abbauen nee wie war denn das, die Gebäude reparieren sich ja auch immer wieder, ne, also es bringt nix, wenn Albot mal ein Stein da irgendwie ankommt, da muss schon mehr gehen ja, mal gucken läuft Twitch jetzt eigentlich stabil? nicht, dass ich da was gegen tun könnte, Gebietsverlust? Alter, geht's noch? Du bist auch glatt, okay Holzfäller, keine Ressourcen, okay und du? auch nicht mehr da hatte ich früher alter, ja da hatte ich mal eine Mine die hat er mir abgerissen, toll bester Teammate bester Teammate nicht kommen wir durch den Wald irgendwie durch? was haben wir denn hier noch? aha, eine Eisenmine prima anschließen was ist mit dir? du wartest auf Essen so und hier dich gerne genau Schwertkämpfer jetzt rein hier sind Bogenschützen und dann können wir kämpfen sehr gut kann ich die ich weiß nicht mal ob ich überhaupt Gold produziere aber wir können ja wieder so kann ich nicht muss abklingen was haben wir denn hier hinten noch? naja, so viel Zeit muss sein es ist ja unsere letzte Runde hier unser letztes Rodeo in ADK wir könnten vielleicht auch noch ein bisschen fischen gehen was kommt nach ADK? ähm, bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher aber eigentlich wäre ja naheliegend wenn wir mit die nächste Generation weitermachen Dienstag ist einfach so Siedler Klassik Tag so ein bisschen hat sich so ein bisschen eingeschlichen vielleicht spielen wir ja auch nochmal irgendwann eine Runde Siedler 1 mal gucken aber das raff ich auf kein Auge mehr die nächste Generation Kampagne ist ziemlich einfach ja gut ich hab ähm ich hab's nie ähm über die fünfte Mission oder so rausgebracht und ich glaube wir sind im Let's Play auch schon irgendwo an der Stelle Attacke Männer so Truppen noch keine da schade da kommen welche sogar T2 prima so derweil ähm räumen wir jetzt die Insel frei hier drüben ist es überhaupt naja Insel ist vielleicht auch falsch äh Flo was hast du mir im Discord geschrieben ich kann da grad nicht rübertappen war es wichtig oder wolltest du mir nur sagen dass der Stream nicht geht ich hab auch viel zu wenig Essen ne das mit den Streams okay danke Flo der Livestream hat sich am Sonntag ja da lief er ja gar nicht so wobei auf YouTube lief er ja gut aber auf Twitch nicht so ein bisschen der Datenleitung vom Megablog angepasst naja was willst du machen so haben wir jetzt hier einen haben wir nicht ist aber egal ich will jetzt die Burg haben komm Angriff jetzt kämpfen 7 7 gegen 4 6 ja das gewinne ich Add-on die erste Mission ist eine Herausforderung aber später wird es dann einfach das ist glaube ich auch so ein Siedler typisches Ding es fängt brutal schwer an dass du denkst Alter und wird dann von Mission zu Mission leichter das ist irgendwie so ein Siedler wo du denkst was soll der Blödsinn und er reißt seine Burg okay nicht so geil vor allem weil die immer noch auf meine Truppen schießen aber nicht treffen oder doch die treffen Love Forest okay Leute erst mal ein Bier ihr seid Bavarier ja Prost und dann greifen wir wieder an Dungeon Keeper 1 könntest du auch mal weiterspielen ich glaube ich habe den Save Game nicht mehr ist schwierig Ladet die Kanonen Leute dann bringt hier mal ein paar Steine hoch Feuer mal gucken komm baller mal irgendwo drauf Warenstau an der Fahne Gott sei Dank habe ich noch keine Fahne das ist doch kein Warenstau Leg Autosave Salzbergwerk ist down okay ich meine irgendwo hier doch da habe ich noch eins gebaut ja okay euch geht es nicht so geil läuft nicht auf der linken Seite dafür auf der rechten bombastisch so weiter geht es er hat sogar noch Schiffe aha es ist nicht verbunden aber er hat halt einen Hafen gebaut okay warum auch nicht ist eigentlich die Siedler Aufbruch der Kulturen der einzige Siedlerteil wo die Siedler schwimmen können das sieht so unfair aus hast du eigentlich einen zweiten Namen ja einen ganz komischen sogar ich heiß Patrick Veit das sieht so Untertitelung des ZDF für funk, 2017